Ich bin ja selten sprachlos und selten nervös, aber ich habe einen richtigen Flatter, Mann. Was haben wir da Schönes? Ein wirklich feines Armband, ausschließlich aus Diamanten. Also ich kann nur sagen, wirklich eine hervorragende Handarbeit. 10.000 bis 12.000, so würde ich das Armband taxieren. Da ich hier mit 80 Euro nicht weit komme, fange ich mal mit 1.200 Euro an. 7.000 Euro. Das ist aber ein schöner Sprung, Daniel. Das ist ein Sprung. 9.000 bei mir. 9.500. 10.000 bei mir. 13.000. 14.000 von mir. Boah, was mache ich jetzt? Was hast du denn? Ja, ich bin am Rechnen und am Überlegen. 14.200. 14.300 von mir. 14.500. Wie wäre es mit einer runden Summe von 15? Gebe ich Ihnen. Das machen wir. Na also.